Es sieht so aus, als würde Robotik und Gaming immer mehr verschmelzen. Googles DeepMind bringt Genie, ein Paper, das zeigt, dass man komplette 2D-Welten mit Prompts verändern kann. Jeff Bezos, Cathie Wood, Intel, Samsung, OpenAI, Tesla, Microsoft und viele mehr schmeissen Milliarden auf diese Technologien und die dazu passende Robotik. In diesem Video versuchen wir, das Rätsel zu lösen und herauszufinden, warum so viel investiert wird und wer in der Robotik die Nase vorn hat. Viele Key-News zu Mistro, Google, Eleven Labs, Stability AI und ChatGPT sind auch dabei. Viele Produzenten stoppen sogar die Expansion ihrer Studios, weil sie denken, dass diese Technologie alles verändern wird. Mark Bubis can dance better than you, ass***. Und am Ende des Videos gibt es sogar eine kleine Überraschung. Lasst uns erstmal mit Google DeepMind starten. Dieser Typ auf X, Tim Rückdeschel, ja witziger Name, der hat diesen Post gemacht und DeepMind hat uns ein cooles Research Paper gegeben. Sie sagen uns, dass es ein Modell gibt mittlerweile, das haben sie trainiert, ausschliesslich an Daten beziehungsweise an Videos vom Internet. Mit diesem kleinen Modell kann man tatsächlich danach einfach nur noch einen Text Prompt eingeben und sozusagen unser Videospiel selbst erschaffen. Man kann dementsprechend also all diese Charaktere so bestimmen, wie man sie bestimmen will. Man kann sagen, was sie ausführen sollen. Das Research Paper sieht so aus, mir ist das etwas zu unübersichtlich, aber das generelle Konzept ist hier einfach nur, dass man mit ganz einfachen Textbefehlen hier Welten erschaffen kann. Das heisst, man kann klitzekleine Videospielwelten erschaffen und man braucht nur Text eingeben. Ich denke, Videospielentwickler haben ein leichtes Spiel in der Zukunft. Das alles wird viel, viel einfacher werden, also einen Text Prompt, also Text-to-Image und danach kannst du spielen. Das Ding sieht schon recht gut aus. Das hat natürlich viele verschiedene Integrationsmöglichkeiten, denn wenn du Transformationen machen kannst und danach mit ihnen interagieren, dann stellt sich natürlich die Frage, wann man sogenannte Open-World-Erkundungen machen kann. Wenn man tatsächlich solche Spiele erschaffen kann, eventuell kombiniert mit Sora und dann könnte man natürlich die kompletten Videos von Sora steuern. Das heisst, wenn man ein solches Video, das ich jetzt einblende, hier von Sora tatsächlich erschaffen würde und mit einem Text Prompt kann man danach den Taucher tatsächlich steuern, dann hätte man hier ein komplettes Spiel und das lässt sich natürlich noch weiter anwenden. Denn wenn man all das kombiniert und in etwas wie Isaac Jim reinwirft von NVIDIA, dann kann man hier natürlich gesamte Roboter, Agenten und sonst was trainieren und sie sozusagen an die richtige Welt anpassen. Das ist ein enormes Konzept. Kurz gesagt, man kann hier einfach nur an Internet-Videos trainieren. Man könnte das kombinieren mit Sora. Man hat die Fähigkeiten, diese ganzen 2D-Welten zu erzeugen. Die Timeline ist jedoch komplett unbekannt. Sam Altman will auch nicht darauf eingehen, wann Sora hier in die Freiheit entlassen wird. Ich denke, ein solches Video aus Sora raus dauert auch richtig lange. Und wenn man Sora mit Genie kombinieren wollen würde, braucht man natürlich wahnsinnig viel Computing-Bauer wahnsinnig viel Zeit. Ich bezweifle, dass wir dieses Jahr so etwas ähnliches sehen werden. Ich denke, es lässt sich auch rauskristallisieren, dass man das alles für die Robotik verwenden wird. Man wird in Simulationen Roboter trainieren, genauso wie es NVIDIA jetzt schon macht. Und wenn man das alles noch besser kombinieren kann, dann wird der Fortschritt natürlich immer schneller und besser. Dementsprechend investieren hier alle möglichen Big-Tech-Player Millionen und Milliarden. Zwei Start-ups sind zum Beispiel Figa AI und OneX. OpenAI unterstützt beide dieser Robotik-Firmen. Figa AI scheint gerade hier etwas Hype zu bekommen. Hier investiert auch Jeff Bezos, also der Amazon-Chef, Cathie Wood, Intel, Samsung und viele, viele mehr. Aber warum werfen alle so viel Geld auf diese Firmen, auf diese KI-Roboter? Deshalb die Auswirkungen auf das GDP. Wenn man sich mal vorstellt, wir sind natürlich begrenzt vom Menschen mit den Dingen, die wir erzeugen können. Jeder Mensch kann nur eine gewisse Arbeitsleistung schaffen und danach ist die Welt natürlich begrenzt. Wenn man jetzt jedoch Roboter mit drauf packt, dann ist das GDP der Welt eigentlich nicht mehr begrenzt. Es ist komplett unbegrenzt. Alle Unternehmen haben zu wenig Mitarbeiter. Wenn solche Start-ups tatsächlich Roboter machen können, die sozusagen neue Arbeitskräfte erschaffen, dann ist das GDP unglaublich gross. Und all diese Firmen, die eben diese Roboter verkaufen, die verdienen sich eine goldene Nase und dementsprechend auch die Firmen, die diese Roboter einsetzen. Also die Produktivität der Welt wird natürlich unglaublich erhöht. Jetzt stellt man sich die Frage, wer macht das Rennen? Ist es Figa AI? Ist es One X? Ist es meinetwegen sogar Tesla mit Optimus? Ich bin hier tatsächlich einer komplett anderen Meinung, denn das ist kein Winner Takes Most Markt. Was meine ich damit? Erstmal, was ist ein Winner Takes Most Markt? Wenn man sich einfach vorstellt, irgendwas, das sehr sicher sein muss. Zum Beispiel Full Self Driving. Tesla versucht ja auch, das autonome Fahren zu lösen. Hier bin ich der Meinung, dass das ein Winner Takes Most Market ist, weil hier halt Menschenleben auf dem Spiel stehen. Wenn ein solches autonomes Auto mal aus Versehen in den Fluss fährt, naja, das wäre nicht ganz so cool. Aber wenn man solche Roboter macht, und diese Roboter machen in Fabriken, arbeiten, die sowieso niemand machen will, arbeiten, die vielleicht gefährlich sind, arbeiten, wo man nicht viel Schaden anrichten kann, dann wird das kein Winner Takes Most Markt. Man wird tatsächlich limitiert sein von den Stückchen zahlen, die man kreieren kann. Der Markt ist so riesig, jeder wird solche Roboter brauchen. Da ist mehr als genug Platz für Optimus, für One X, für FIA AI, für was weiß ich nicht wen alles. Jeder kann diese Roboter machen. Die besten werden am meisten verkauft, aber all diese Roboter werden limitiert, weil man natürlich nicht unendlich Roboter bauen kann. Ich bin immer noch hier ein klein wenig biased in Richtung Tesla. Tesla weiss, wie man tatsächlich einen riesen Haufen Fahrzeuge baut. Dementsprechend wissen sie auch, wie man Roboter baut. Beziehungsweise sie haben die Möglichkeiten, sehr, sehr viel Hardware zu machen. Diese kleinen Robotik-Startups tun sich hier natürlich viel schwerer. Bis die die Lieferketten aufgebaut haben, um hier tatsächlich hohes, hohes Volumen zu produzieren, das wird natürlich ganz, ganz schwer. Aber diese Leute haben natürlich auch Vorteile. Ich meine, wenn Chef Bezos mit seiner unendlichen Brieftasche dahinter steht und fleissig Geld reinschmeisst, dann wird man irgendwann schon was produzieren können. Diese ganzen Startups sind aktuell in einer Position, wo sie es relativ gut laufen haben. Denn die haben eigentlich unendlich viele Anläufe. Wenn etwas nicht klappt, kommt der nächste Investor und schmeisst nochmal ein paar Milliarden nach. Wie gesagt, bei der generellen Produktion bin ich der Meinung, Tesla hat hier immer noch die Chance, das höchste Volumen an Hardware zu liefern. Wer die Software hier tatsächlich am besten macht, das muss sich natürlich alles erst noch beweisen. Gesellschaftliche Auswirkungen und Ethik sind hier natürlich nicht wirklich vorhersehbar. Der Arbeitsmarkt wird sich verändern. Ich denke, die Menschen haben immer noch mehr als genug zu tun. Ich meine, kein Unternehmen findet Mitarbeiter zumindest aktuell nicht. Und über Ethik will ich hier aktuell nicht wirklich sprechen. Ich bin der Meinung, wenn eine Maschine irgendetwas besser machen kann als ich, dann soll das die Maschine machen. Es macht ja keinen Sinn mehr für mich, die Dinge dann selbst zu machen. Wenn man all das kombiniert, Genie, Sora, Isaac, Jim und so weiter, dann ist der Fortschritt für mich hier wirklich ununsehbar. Wenn man in einer Simulation diese Roboter trainieren kann und in der realen Welt wartet Jeff Bezos mit seiner offenen Brieftasche, dann wird hier schon was passieren. Außerdem sieht es auch immer mehr so aus, dass synthetische Daten hier enorm gut funktionieren. Das heisst, wir sind nicht mehr davon abhängig, dass Menschen Daten liefern. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an dieses Research Paper. Eureka Rewards and Policies. Das haben wir uns 2023 im Sommer oder September irgendwann mal angesehen. Dieses Paper sagt uns, dass hier mittlerweile tatsächlich Roboter besser dabei sind, diese Maschinen zu belohnen. Das heisst, dieser Roboter versucht den Bleistift zu balancieren, umherzuschwingen, was weiss ich, was das Ding machen will. Aber früher haben das natürlich Menschen versucht zu belohnen. Diese Roboter lernen immer mit dem Reinforcement Learning, das heisst, wenn sie etwas gut machen, bekommen sie eine Belohnung. Und für Menschen war es wahnsinnig schwierig, den Code zu schreiben, um den Roboter zu belohnen. Jeden Roboter kannst du nur mit Code belohnen. Und wie es aussieht, ist seit GPT-4 eine andere Ära angebrochen. Denn GPT-4 schafft es, besseren Reward-Code zu schreiben als Menschen. Menschen waren nicht imstande, den Roboter so zu belohnen, dass er gut gelernt hat. Aber GPT-4 ist mittlerweile viel, viel besser imstande, diese Roboter zu belohnen. Hier sieht man auch, wie das Ganze in etwa aufgebaut ist. Wie gesagt, das Paper nennt sich Eureka oder sowas ähnliches. Hier geht es nur darum, dass GPT-4, also ein LLM, tatsächlich den Robotern das Feedback gibt und diesen Reward-Code schreibt. Und das kann GPT-4 eben besser als Menschen. Man sieht hier also einen Roboter in einer Simulation, der balancieren lernt und ein LLM belohnt diesen Roboter dafür. Kranke Welt, in der wir leben. Ach ja, und das LLM ist sogar noch sehr, sehr gut dabei. Hier drunter kann man das sehen im Vergleich zu Menschen. Du kannst hier auf die Bilder klicken und dir ansehen, welchen Reward-Code Eureka hier geschrieben hat. Und dieser Code war tatsächlich immer besser als der Code von Menschen. Wenn wir nochmal kurz zurückrudern zu vielleicht Kreativ-Industrien. Technologien, nicht nur Roboter-Technologien, sondern auch Dinge wie Sora, die werden die Filmindustrie natürlich anständig angreifen. Wenn man sich überlegt, was Sora hier alles ersetzen kann, dann ist das unglaublich. Sagen wir, in 5 Jahren kannst du mit KI einen kompletten Kinofilm erstellen. Du brauchst meinetwegen noch 2 Leute, die in die Tastatur reintippen. Und danach hast du komplett fertige Filme. Das wäre natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Natürlich würden immer noch normale Filme gedreht werden. Ich denke, das wird nicht so schnell verschwinden. Aber wenn man sich überlegt, dass jetzt du und ich zusammen, sagen wir, du bist kreativ und ich tippe in die Tastatur, weil ich sonst nichts kann, aber wir beide zusammen, wir könnten danach einen Film machen. Das war noch nie in der Geschichte der Menschheit möglich. In einigen Jahren könnte es tatsächlich so sein, dass ein Mensch alleine ohne Equipment komplette Filme machen kann. Nochmal anzumerken, also ich denke nicht, dass die Filmindustrie verschwinden wird, aber Leute, die bisher nicht Filme machen konnten, werden dazu imstande sein. Ähnlich ist es jetzt mit dem Programmieren. Jemand, der nichts programmieren konnte, kann jetzt dank Chachibitin natürlich ein klein wenig programmieren. Ja, er wird vielleicht nicht die beste Software auf der Welt schreiben, aber er ist imstande dazu. Er hier ist tatsächlich anderer Meinung als ich, denn er macht erstmal Pause bei seiner Filmproduktion. Er hat ein Projekt gestartet mit 800 Millionen, aber setzt das Ganze erstmal auf Eis. Er denkt, dass Jobs tatsächlich verloren werden. Auch dieses Callcenter hat versucht, eine künstliche Intelligenz die Arbeit machen zu lassen und Klarna behauptet, dass ein OpenAI-Assistenten die Arbeit von 700 Vollzeitangestellten macht. Er hat 2,3 Millionen Konversationen bis jetzt geführt. Er hat die Probleme der Kunden schneller gelöst, aber die Kundenzufriedenheit war dennoch gleich gross. Also ich denke, der ein oder andere Job wird vielleicht tatsächlich ersetzt werden. Lass mich wissen, wie du das siehst. Gerne kann man sich mal dieses Terminator Remake ansehen. Ich denke, das sieht relativ cool aus. Das habe ich fürs Intro verwendet. Also einfach mal dem Typ hier ein Follow dalassen und sich das selbst ansehen. Eleven Labs hat mittlerweile auch synthetisches Audio. Hier kann man sich das Ganze ansehen. So hört es sich an. Aus der Billet AI hat eine coole Ankündigung gemacht. Was ist Ihr AI-Filmmaking-Workflow? Text-to-Video? Image-to-Video? Video-to-Video? Wie geht es um Video-Idea-to-Video? Also, introducing Morph Studio, an all-in-one AI-Powered Film creation tool. With an easy-to-use Storyboard format, you can easily create and edit shots together based on text or images, and generate videos in different styles. Morph Studio helps you connect your ideas, test different versions, and export to any post-production software. We believe in a sharing community. Users can upload their workflows to the gallery and allow others to access them for their own projects. Welcome aboard the ship to the future. Join the waiting list today. Also, auch die Open-Source-Dinger werden immer besser bei der Video-Generation. Außerdem hat Mistral AI wieder eine coole Ankündigung gemacht. Sie haben ein neues Modell, nämlich Mistral Large. Mistral Large ist ein neueres Modell. Nach 8x7 Billionen scheint dieses Modell eines der besten zu sein. Das liegt tatsächlich nur knapp hinter GPT-4 und das Ding ist komplett Open-Source. Ich habe schon mal über GROC gesprochen. GROC habe ich in meinem letzten Video bzw. im vorletzten Video schon kurz angemerkt. Das heisst, man kann ein Large Language Model verwenden ohne Latency, ohne warten zu müssen. GROC verwendet eine neue Technologie. Die verwendet nicht wirklich GPUs, sondern spezielle Grafikkarten oder sowas ähnliches, die super effizient für LLMs funktionieren und dementsprechend hat man keine Wartezeit. Nun stellt sich für mich die Frage, ob es überhaupt noch nötig ist, klitzekleine Large Language Models zu machen. Wie zum Beispiel Gemini Nano. Denn Gemini Nano kann man auf dem Handy lokal laufen lassen und wenn Gemini Nano auf dem Handy lokal läuft, dann hat man natürlich auch keine Wartezeit, weil keine API Calls rausgeschickt werden. Das heisst, das läuft natürlich alles lokal. Meine Frage vielleicht auch an euch alle jetzt, ist es wirklich noch nötig ein lokales LLM zu haben, wenn man GROC hat, das quasi ohne Latency arbeitet, dann könnte man ja einfach ein grosses, starkes LLM nehmen, das mit GROC laufen lassen und so hat man ein gutes LLM ohne Latency. Für mich eine kleine Frage hier. Was vielleicht auch noch interessant ist, GROC macht zwar Chips, die Chips sind aber nicht direkte Konkurrenten zu Nvidia. Nvidia macht GPUs. Als sie neulich die Quartalszahlen gemeldet haben, sind die 17% an einem einzigen Tag gestiegen oder fast 17%. Das sind 270 Milliarden Marktwert. Um das ins Verhältnis zu setzen, das ist ungefähr so viel wie Netflix oder McDonalds insgesamt wert ist. Also an einem Tag ein McDonalds obendrauf für Nvidia. Auch verkauft mittlerweile Reddit Daten an Google. Das ist natürlich praktisch für Google. Damit werden sie wohl Gemini trainieren. Denn bei Gemini hören die Sauereien tatsächlich nicht auf. Auch das habe ich schon angesprochen. Die Bildgeneration von Gemini, die ist wahnsinnig biased. Man kann so gut wie keine weissen Menschen erstellen. Aktuell dürfen wir noch nicht mal mehr Bilder erstellen mit dem Ding. Und die Trainingsdaten von GPT-4, die gehen mittlerweile bis Dezember 2023. Als Ausblick habe ich auch noch ein paar wichtige coole Dinge. GPT-5, 6 und GPT-7. Darüber gibt es mittlerweile ein Paper. In das Paper werde ich heute nicht mehr reintauchen. Da geht es tatsächlich nur um Regulatorik und wirklich viel Neues. Um ehrlich zu sein, gibt es da drinnen nicht. Was aber Neues ist, ist das da. Ich habe es in meinem letzten Video angekündigt. Wir sollten eine Community bilden, bevor uns AGI einholt. Wann holt uns AGI ja ein? Das ist gar nicht so sicher. Dementsprechend solltest du heute und nicht morgen handeln. Das heisst, du klickst auf den Link in der Beschreibung. Du landest auf dieser Landingpage. Da ist ein Video, das dir kurz sagt, worum es geht. Das dir erklärt, wie die Plattform funktioniert. Und du kannst Join the Group klicken. Diese Plattform ging erst vor wenigen Stunden eigentlich online. Wir haben hier schon 83 Member drinnen. Und du siehst auch, was das Ziel ist. KI-Wissen verbreiten und sich gegenseitig helfen. Das ist komplett gratis. Jeder kann reinkommen. Hier drinnen wollen wir zusammen Probleme lösen. Die Schwarmintelligenz soll uns helfen. Mehrere Menschen sind immer viel schlauer als ein Mensch alleine. Und dementsprechend soll die Community hier drinnen wachsen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass wir hier was Cooles lösen können. Also klicke auf den Link und wir sehen uns drinnen. Drinnen sieht das Ganze so aus. Man sieht, das ist schon recht aktiv, obwohl es erst wenige Stunden online ist. Ich bin richtig stolz, dass wir jetzt schon Leute da haben, die miteinander diskutieren. Also komm dazu. Wie gesagt, das ist komplett gratis. Es geht einfach nur darum, dass man sich gegenseitig hilft. Außerdem findest du unter Classroom einen kompletten zweistündigen KI-Kurs, der dir die ganzen Basics zeigt. Wie gesagt, sehr, sehr schnell und komprimiert.